Neu! Seilpark Bajweri, Bettmeralp. Mit diesem neuen Freizeitangebot ist das Ausflugserlebnis und für Bettmeralp für Jung und Alt noch spannender. Es gibt 5 Parkour mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Zusätzlich gibt es einen Kinderparkour für die Jungsten. Der Seilpark ist mitsch im Wald von einer Bajweri, östlich vom Hotel Aletsch. Der Seilpark Bajweri ist für alle, die eine spannende Herausforderung suchen, genau das Richtige. Nervenkitzel und Bewegung. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Mehr Infos unter www.bettmeralp.ch